Ich sagte zwar eben, dass diese Orgel nach technischen Prinzipien des Barock gebaut wurde, aber natürlich ist es eine Orgel von heute. Und die Errungenschaften unserer heutigen Technik fließen in so einen Orgelbau natürlich immer auch mit ein. Und wir haben seit ein paar Jahrzehnten noch nicht so lange die Besonderheit, dass an diesen großen Orgeln eine sogenannte Setzeranlage eingebaut worden ist. Das ist letztendlich nichts anderes als ein kleiner Chip, ein Computer, der bestimmte Klangkonstellationen speichert, die ich vorher eingestellt habe, und die ich dann per Knopfdruck einfach abrufen kann. Wenn ich also auf diesen ersten Knopf drücke, springen sofort die Register raus, die ich vorher eingegeben habe. Und wenn ich auf den nächsten drücke, kommen wieder andere. Einige gehen weg, einige kommen wieder raus. Klingt sogar ein bisschen laut hier oben. Es wummert ein bisschen, aber unten hört man das schon nicht mehr so. Das sorgt dafür, dass man keinen mehr braucht, der einem die Register beim Spielen ständig einstellt und wieder zurückstellt. Ich hatte eben schon mal gezeigt, was die Orgel alles kann. Tiefe Töne, hohe Töne. Der tiefste Ton ist der Pedal. Und der höchste Ton, falls man ihn noch hören kann, geht so. Und alles dazwischen ist bei der Orgel möglich. Das ist das Faszinierende an einer Orgel. Wir haben hier noch eine Besonderheit an dieser Orgel. Es gibt ein sogenanntes Schwellwerk. Man kann den Klang an- und abschwellen lassen. Und dazu dient hier dieser wunderbare Tritt. Sieht aus wie ein Gaspedal. Ich kann den ganzen runter machen. Dann wird ein Kasten geschlossen, der oben in der Orgel drin ist. Und wenn ich es wieder aufmache, wird der Kasten wieder geöffnet. Das heißt, der Klang, der in diesem Kasten entsteht, wird wieder lauter. Das können wir uns mal gleich anhören. Das können wir uns mal sehen. Ja, herzlich willkommen im inneren Heiligtum der Orgel. Ein seltenes Bild, was wir hier sehen. Wir sind mitten in der Orgel drin. Wir sehen die ganz vielen Pfeifen. Wie gesagt, wir haben 3000 Stück davon ungefähr. Das ist jetzt das Schwellwerk. Wir sind also in einer Box. Und wenn wir hier auf der Seite mal schauen. Ich kann die Box, die ich eben mit dem Fuß zugemacht habe, auch per Hand zumachen. Und dann sieht man schon, was der Effekt ist. Sie ist zu. Und alles, was jetzt hier klingt, ist natürlich im Raum viel leiser. Ich kann sie wieder aufmachen. Natürlich sonst nur mit dem Fuß. Und schon ist es wieder lauter. Das ist so eine Errungenschaft der Romantik, dass man die Klänge nicht so statisch haben wollte und sie ein bisschen dynamischer machen wollte. Ansonsten sehen wir hier verschiedene Pfeifen des Schwellwerks. Ich habe mal eine Pfeife hier rausgenommen. Die kann man ganz normal rausnehmen. Und wenn ich jetzt hier reinpuste, hören wir den Ton, der auch unten in der Kirche klingt, wenn ich diese Taste drücke mit diesem eingestellten Ton. Ich nehme an, das ist eine Zweifußflöte oder eine Oktave. Keine Ahnung. Ja, und hier sehen wir jetzt mal, wie eine sogenannte Zungenstimme, die ich eben vorgespielt habe, wie die aussieht. Ja, hier oben. Das dient also nur dazu, um den Klang des Registers zu definieren. Und das macht dann den Klang aus. Und hier unten ist ein sogenannter Pfeifenfuß. Und hier sehen wir diese kleine Metallzunge. Die geht hier so an meinem Finger entlang bis hier oben hin. Und diese Zunge, die ich hier gerade gezeigt habe, die muss man so zweimal oder dreimal im Jahr stimmen. Da ist der Organist auch für zuständig. Der braucht dann jemanden, der unten an der Auge sitzt, den Ton spielt, damit die Luft durch die Pfeife geht und man mittels dieser Zunge, indem man sie hoch oder runter drückt, wieder tuned. Also, wie der richtig stimmt, damit sie wieder schön klingt. Das ist eine sehr anstrengende Arbeit und geht sehr auf die Ohren, weil diese Register sind natürlich sehr laut. Und wenn man das eine halbe Stunde lang gemacht hat, dann weiß man, was er getan hat. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen erklären, wie so eine Orgel funktioniert. Hier in der Salvato-Kirche, an der Kuhn-Orgel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Und in diesen Salvato-losen Zeiten würde ich mich gern mal wieder bei Ihnen melden demnächst. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020